Hm? Mit dem Chef ins Kino? Das ist ja wie mit einer Flasche Bier in die Kneipe. Oder mit der eigenen alten in den Puff. Das machen wir nicht. Das ist ungeil. Außer beim Papa. Da wird's super. Kein Witz. Ab dem 20. Februar im Kino. Ja, auch in diesem Kino. Wer das verpasst, der ist aber schuld. Allein die Szene, wo ich dem Ernie Dämmers die Muffe flunsche, das ist ja ... Knaller. Da muss man selber sehen. Das ganze Ding hat ja noch einen Vorteil. Es ist komplett ohne Til Schweiger. Die Muffe flunschte. So? Ja!